Zum Herausnehmen Ihrer Drehtür benötigen Sie keinerlei Werkzeug. Öffnen Sie vorab leicht die Tür und heben Sie den Rahmen leicht an. Halten Sie den Kopf des oberen Stiftes fest und bewegen Sie die Tür leicht auf und ab, bis sich der Stift aus der unteren Scharnierhälfte gelöst hat. Wiederholen Sie diesen Schritt beim mittleren und beim unteren Scharnier. Entfernen Sie nun die drei Stifte aus den Scharnierhälften und bewahren Sie diese sicher auf. Nun können Sie Ihren Seckenschutz problemlos reinigen oder einlagern. Vor dem Einsetzen der Drehtür beträufeln Sie die Scharnierstifte mit Beschlags- oder Haushaltsöl. Dies sollte gerne mindestens einmal im Jahr passieren. Nun die frisch geölten Metallstifte in die obere, mittlere und untere Scharnierhälfte einführen. Umgreifen Sie den Rahmen und platzieren Sie ihn auf Ihrem Fuß. Dies dient zum Justieren der Höhe. Schieben Sie den obersten Stift hoch, bis die Scharnierhälften bündig übereinander liegen. Senken Sie den Stift und wiederholen Sie den Vorgang für das mittlere und untere Scharnier. Am Ende überprüfen Sie, ob die Tür sich leichtgängig schließen lässt. Nun können Sie wieder genussvoll durchatmen. .